Hallo und herzlich willkommen bei Herzenspferd. Ich bin Christina und heute geht es darum, was du tun kannst, wenn dein Pferd sich einrollt. Letzte Woche ging es um das Thema, das Pferd drückt den Rücken weg und hebt sich über den Zügel raus. Heute geht es ums Einrollen. Beides sind Verhaltensweisen, mit denen sich das Pferd dem Zügelkontakt entzieht. Und wie beim Pferd drückt den Rücken weg, muss man auch hier erstmal überprüfen, ob das Pferd keine Schmerzen hat. Vor allem sollte man hier die Zähne abchecken lassen, weil wenn das Pferd irgendein Problem im Maul hat, irgendwelche Schmerzen, dann wird es sich nicht vertrauensvoll an den Zügel herandehnen wollen, sondern sich vielleicht durch Einrollen entziehen. Außerdem sollte man überprüfen, dass die Trense richtig sitzt, dass das Reithalfter, falls man eins benutzt, richtig verschnallt ist, weil gerade ein zu enges Reithalfter kann auch dazu führen, dass das Pferd nicht genug Luft kriegt und sich dann so dem Zügel entziehen muss. Auch hier wieder, nachdem man Schmerzen ausgeschlossen hat, unbedingt zuerst die eigene Einwirkung überprüfen. Also wenn du mit einer harten Hand reitest, einer unruhigen Hand, wenn du viel mit den Zügeln machst und da ständig rumzuppelst, wenn du vielleicht permanent einen zu kurzen Zügel hast, dann neigen die Pferde dazu, sich durch Einrollen zu entziehen. Da solltest du dann unbedingt an deiner Zügelführung arbeiten. Auch hier wieder unbedingt auch auf den Sitz achten, weil viele Zügelfehler kommen auch aus dem Sitz. Eine zu harte Hand kann zum Beispiel daher kommen, dass du deine Ellbogen durchdrückst etc. pp. Da muss eben jemand bei dir individuell drauf schauen, wo es denn genau hakt und wo du dich verbessern kannst. Wenn das Problem darin liegt, dass du generell zu viel über den Zügel reitest, dann kann es helfen, zwischendurch immer mal wieder die Zügel aus der Hand kauen zu lassen, dich immer wieder dran zu erinnern, auch nachzugeben, dich immer wieder dran zu erinnern, dass der Motor des Pferdes die Hinterhand ist und du die Hinterhand kontrollieren musst. Und der Zügel, meine Trainerin sagt immer, mindestens 60% der Zügelhilfen können durch korrekte Sitz- und Schenkelhilfen ersetzt werden. Also wir Menschen sind handdominiert und neigen dazu, alles mit der Hand regeln zu wollen. Das ist natürlich auch der vordere Teil des Pferdes, sehen wir vor uns, da wollen wir immer alles manipulieren, aber wir müssen immer hinten anfangen, das ist ganz wichtig. Deshalb solltest du unbedingt immer darauf achten, wie du deine Hilfen, ich sag mal jetzt dosierst, beziehungsweise wie das Zusammenspiel deiner Hilfen ist. Weil viele Reiter machen einfach zu viel mit dem Zügel und vergessen die Sitz- und Schenkelhilfen. Da unbedingt drauf achten. Wenn du dazu neigst, zu viel mit dem Zügel zu machen, kannst du auch mal einhändig reiten, weil das verhindert das so ein bisschen, eben weil du nicht mehr in dem gewohnten Bewegungsmuster drin sein kannst. Wenn das Problem beim Pferd liegt, musst du auch einmal auf das Gebäude des Pferdes schauen, weil gerade Pferde mit zum Beispiel einem hoch angesetzten, langen, geschwungenen Hals kommen einfach super schnell hinter die Senkrechte, alleine schon aufgrund ihres Gebäudes. Bei diesen Pferden sieht man das tatsächlich oft auch beim Freilaufen auf der Koppel, dass die schnell eben mit dem Kopf ein bisschen hinter die Senkrechte kommen. Da finde ich es dann auch nicht so schlimm. Also wenn das zum Gebäude des Pferdes passt und der Reiter zwingt es nicht in diese Position, sondern das Pferd begibt sich davon selber hin, weil es eben zu seinem Körperbau passt und nicht aus Schmerzen, nicht aus Zwang. Dann finde ich es nicht so dramatisch, wenn es auch mal ein bisschen hinter die Senkrechte kommt. Bei Pferden mit einem tief angesetzten, kurzen, geraden Hals, da ist es natürlich dann krass, wenn die hinter die Senkrechte kommen, weil die einen viel weiteren Weg haben, bis die Nase erstmal da hinten ist und die dann viel enger in den Garnaschen werden. Also so, ich muss mal ein Video zum Gebäude von Pferden machen, da kann man das dann auch nochmal ein bisschen besser erklären. Wenn du jetzt ein Pferd hast, was vom Gebäude her dazu neigt, hinter die Senkrechte zu kommen, ist es trotzdem wichtig, dass du weiterhin eine feine Anlehnung hast. Da habe ich hier mal ein Video zu gemacht. Wenn diese Anlehnung flöten geht und das Pferd sich einfach immer weiter nach hinten verkriecht, um nicht in Kontakt mit dem Zügel zu kommen, dann musst du da auf jeden Fall dran arbeiten. Ähnlich wie bei einem Pferd, das den Rücken wegdrückt und sich raushebt, ist es auch hier wichtig bei der Korrektur, die Hinterhand zu aktivieren. Bei Pferden, die sich einrollen, ist oft auch ein Mangel an Vorwärtsdenken vorhanden und deshalb ist es wichtig, immer wieder ans Vorwärtsreiten zu kommen, die Hinterhand zu aktivieren und dem Pferd eben zu zeigen, jetzt vorwärts bitte streck dich an den Zügel ran. Wenn du merkst, dass dein Pferd sich einrollt, dann kannst du einmal kurz die Zügel nach oben hin annehmen, also nicht rückwärts, ganz wichtig, sowieso nie rückwärts wirkende Zügelhilfen, sondern du nimmst sie kurz nach oben an, treibst zackig das Pferd vorwärts und lässt dann aber auch die Zügel wieder nach vorne, also gibst dann nach vorne nach, hältst die Verbindung aufrecht und reitest fleißig vorwärts. Das bringt die Pferde meistens dazu, sich aus dieser eingerollten Position rauszubewegen. Übungen, die auch super sind, sind Trab-Galopp-Übergänge, weil gerade in diesem Übergang vom Trab in den ersten Galoppsprung muss, das Pferd sich nach vorne, nach vorwärts, aufwärts strecken und da eben reinspringen und kann da nicht so eingerollt bleiben. Also viele gut gerittene Übergänge, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, und Reiten über Trabstangen hilft auch super, weil auch da muss das Pferd, um sich auszubalancieren und gut über die Stangen zu kommen, den Hals frei machen. Also es kann nicht eingerollt bleiben, sondern es muss sich ein bisschen mehr nach vorne strecken. Bei den Übergängen ist es bei einem Pferd, was sich zum Einrollen neigt, ganz besonders wichtig, hier nicht zu viel über den Zügel zu machen, sondern viel über den Sitz und auch weiterhin die Hinterhand aktiv zu halten im Übergang. Zu dem Reiten von Übergängen habe ich, wie gesagt, hier ein Video. Und zum Durchparieren würde ich auch immer den Ohrentrick empfehlen, weil der einem dabei hilft, den Sitz richtig einzusetzen und eben nicht zu viel im Zügel zu hängen. Das war es für heute. Wenn dir das Video geholfen hat, lass mir doch super gerne ein Like da. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials rund ums Thema Reiten und Pferde, dann lass mir gerne ein Abo da. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!